Okay, Riders, random start. Riders ready, watch the gate. Paul Schindel, Joffenweidner, immer noch auf der 2, Benni Benni auf der 1. Der kriegt Connor Schulz, muss jetzt gegen Paul Schindel, gegen alt Paul Schindel, jetzt auf der 3. Benni Benni auf der 1, gewinnt hier den 2, 2. Joffenweidner 2, Paul Schindel 3.